Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Landwirtschafts-Simulator 15. Und ja, wir machen weiter hier auf unserem Bauernhof. Ja, wir müssen ein wenig abwarten, denn wir haben aktuell keine finanziellen Mittel, um hier auch nur irgendwas zu machen. Deswegen würde ich sagen, also hier müssen wir ja auch noch abwarten, bis das hier alles klappt. Und wir können theoretisch, naja, wir können hiermit schon mal, weil wir hier auch den falschen Wagen haben, das ist leider ein bisschen doof gelaufen. Deswegen werde ich das Teil mal wieder wegbringen, denn wir können den Anhänger eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Ja, wobei, den Träger können wir ganz gut gebrauchen, um hier die Anhänger zu schleppen. Aber ich glaube, ja, wobei, ich glaube, ich nehme dafür doch lieber, oh, die stehen hier alle so anteilslos rum. So, ich glaube, ich nehme doch lieber den Traktor hier, der kann, glaube ich, doch ein bisschen mehr schleppen. Den Aufsatz, also diese Fräse hier, die stelle ich hier vorne mal hin. Und dann bringe ich nämlich mal eben ganz kurz den Anhänger auf den Hof, in die Nähe von dem Mähdrescher, damit wir dann dort auch direkt dann, sobald es losgeht mit der Ernte, wobei, ich gucke gerade mal, wie sieht das überhaupt, ja, regentechnisch, morgen soll es regnen. Das könnte uns sogar noch einen Strich durch die Rechnung machen, aber es muss ja auch erstmal fertig werden. Und ich würde sagen, wir machen das mal so, dass wir in dieser Folge, sobald wir beim Hof sind, werde ich mal zusehen, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Am besten oder am einfachsten geht das natürlich hier mit unserem Vollernter, also mit dem Harvester. Da haben wir ja ein paar Bäumchen, die können wir da mal in den Teich werfen. Und dann habe ich nämlich auch als neuen Mod, ich zeige euch das einmal, ich habe es ja schon mal angekündigt gehabt, dass es sowas gibt. Und so, da haben wir nämlich dieses Teil hier, 220 PS, müssen wir mal gucken, vielleicht brauchen wir denn gar nicht den großen. 18 Meter, ich gucke gerade mal, 220 PS brauchen wir. So, die kleinen, die wir haben, die schaffen das natürlich nicht, auch der schafft es nicht, also da bleibt der nur wirklich unser Großer. Auch der, den wir hier haben mit dem Frontlader, der packt es auch nicht, also da müsste man wirklich schon in diese Gefilde gehen. Und dann, okay. Das ist ein bisschen schade, denn ich würde, vielleicht machen wir das mit diesem hier. Ich würde ganz gerne auch noch, ja, das eine oder andere Feld dann noch, hier zum Beispiel die 23, da würde ich ganz gerne dann auch nochmal irgendwann Getreide drauf machen. Nur da müssen wir halt einen Flug haben, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wir haben ja glaube ich einen Flug, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob wir da etwas haben, was wir... Ah, aufpassen, naja. Okay, wir haben keinen Flug. Ja, 100 PS, okay, das schafft sogar der Rote hier. Was sollte der jetzt kosten? Gut, dass ich mir das alles merke, immer direkt. 15.000. Okay. Dann bereiten wir hier mal so ein bisschen vor, das heißt, wir werden hiermit... Ah, ich bin am überlegen, vielleicht sollten wir die Felder... Also wir könnten theoretisch jetzt die Felder, die wir hier, äh, die wir pflügen wollen, könnten wir auch vorher erstmal mähen, aber wir haben hier, äh, diese beiden großen Felder, die 22 und die 27, ich denke mal, das reicht dicker aus, wenn wir die, ja, wenn wir die einfach nur machen. Also das hier ist zwar schade, die würde ich ganz gerne dann auch noch pflügen, aber, ja, ich, ich, äh, das lohnt sich nicht, da jetzt nochmal mit dem Meer rüber zu gehen, weil wir halt zwei so große Felder haben. Wir wollen ja nicht immer nur Gras mähen und Silage oder sowas machen. Silage, das wäre jetzt so das nächste, was ich gerne machen würde, solange wir es können. Aber vorher hätte ich halt ganz gerne den Flug. So, dieses Ding, ja, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt verkaufen oder so. Ähm, ich überlege da mal, äh, was man damit am besten machen kann. Also wir brauchen nämlich für das Mähwerk, brauchen wir nämlich den großen Traktor. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Nur ich würde hier und da würde ich halt noch ganz gerne irgendwie Getreide machen, so dass wir dann da mit lockerem Gras, äh, mit lockerem Stroh auch arbeiten können. Dann sparen wir uns da das Pressen und das Einsammeln danach. Ah, wobei, den können wir hier auch mal eben, weil wir, wir sind ja quasi da, deswegen fahre ich hier mal eben ganz kurz rüber. Das Ding können wir nämlich verkaufen. Und ich glaube auch da hinten, diesen Anhänger, können wir, glaube ich, auch verkaufen. Und auch das Mähwerk hier und da, also das können wir eigentlich auch verkaufen. Haben wir wieder ein bisschen Geld über. Dann können wir uns vielleicht sogar so schon das große Mähwerk leisten. Ich mach das mal eben ganz kurz alles. So, das hier war jetzt sowieso nicht teuer, als wir den gekauft haben. Das war halt ein Fehlkauf, da wir keinen Wassertank brauchen, sondern Milch, Milch, Milchtank. Weil das war ja für die, für unser Zuchthaus quasi gedacht. Also von der Viehzucht, ne, nicht, dass hier irgendwie andere Zuchthaus war ja früher hier, äh, so gefängnismäßig, ne. So, ich mach hier mal eben ganz kurz, zack, das Gehör, scheiße. Sollte sich jetzt eigentlich nicht drehen. So, ja, leider, tschüss. Und so kriegen wir auch ein bisschen Geld zusammen. Dann noch die beiden Mähwerke. Ich vertraue einfach mal auf den Mod, dass der funktioniert. Ansonsten haben wir hier 40% von dem Wert von den beiden Teilen verloren. Aber ich verlasse mich einfach mal auf andere, auch wenn ich das sonst nicht mache. Oder zumindest nur höchst ungern. So, Nummer 1. Nummer 2. Scheiße. Ich dachte mir sowas schon. Naja, kümmern wir uns gleich drum. Erstmal wollen wir den Schund hier verkaufen. Das ist noch billig. Das ist teurer. So, und jetzt können wir nämlich auch mal gucken. Hier, buh, 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 miejwerke, ne. Wir müssen ja zu den Mods gehen. Entschuldigung. Zurück. Kategorien. Mähwerke. 55.000. Zack. So, und ich glaube, dann können wir vielleicht sogar direkt den Milchwagen mitnehmen. Ähm, nee. Gülle. Äh, nein, das ist ein anderer. Diverses. Ja, da ist das Milch-Symbol. 19.000. Das haut sogar richtig gut hin. Ja, perfekt. Super. Dann machen wir in dieser Folge hier so ein bisschen hier, so ein bisschen da und so weiter und so fort. Alter. Das hier ist übrigens das Mähwerk. Das spannt man hinten, kann man glaube ich auch vorne ran spannen, aber so groß ist das. Und äh, ich glaube, das ist erfunden. Also wenn es hier jetzt wirklich welche gibt, die so auf pure Realität sind, denen ist das vielleicht ein Dorn im Auge, aber ah, Leute. Äh, ob wir da jetzt wirklich zwei, zwei, drei Folgen mit oder zweieinhalb Folgen mit einem kleineren oder halt mit den beiden Mähwerken, die wir hatten, warum machen, oder ob wir da jetzt ach, dieses scheiß Gewicht, ey. Das setze ich, das setze ich dann einfach zurück. Oder ob wir das mal eben schnell so machen und dann sparen wir da eine Folge. Ich meine, das ist ja, ist ja nur ein Vorteil. So. Ich will hier ja mit niemandem hier ärgern oder sowas, sondern das ist wirklich nur, damit wir da ein bisschen Zeit noch sparen, weil wir werden häufiger mal Silage machen, wir merken, oder ich habe gemerkt, es lohnt sich. Wir haben ja auch extra, weil wir halt ein bisschen vorausschauend arbeiten, habe ich ja auch extra hier diese große, gemoddete Schaufel für den Radlader gekauft, damit wir da halt auch ein bisschen schneller vorankommen. Und ja, ich werde eben noch mal ganz kurz, weil ich ja jetzt gerade hier so das alles gemacht habe, werde ich mal eben ganz kurz den hier hinfahren. Und dann wollte ich eigentlich, da müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Weil das ist schon 19.05 Uhr. Ich lasse jetzt auch hier die Zeit auf der Fünffachstufe. Ich hoffe mal, dass es trotzdem hinhaut. Ich gucke gerade mal, wenn wir hier die nächsten beiden Folgen brauchen zum Mähen, 40 Minuten mal 5, das macht 200 Minuten im Spiel. Das sind so drei, dann ist es gerade mal halb elf. Das heißt, es sollte dann eigentlich noch nicht regnen, sondern erst am nächsten Tag. Zwischendurch gibt es dann auch Geld von den Kühen. Gucke ich gerade noch mal rauf. Der Silagepreis ist auch nicht wirklich gefallen. Das ist auch mal was Feines. Finde ich gut. So, das hier ist noch im Wachstum. Und sobald wir irgendwie was pressen oder sowas, wo wir nicht den großen Traktor brauchen, werde ich hier die 24, die 29 und die 23 werde ich pflügen. Da kommt dann wieder Getreide rauf. Jetzt haben wir ja einen schönen großen Mäher. Der kann dann da immer das selber machen. Ja, Mischration sieht gut aus. Stroh sieht wunderbar aus. Also alles bestens. Ich werde eben noch mal in dieser Folge versuchen, hier mit der Milch Milch abzuzapfen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das so funktioniert. Wenn wir hier vorfahren. Klasse. Sieht ja super aus. Zuerst auffüllen. Ja, gucken wir mal. Wie denn? Müssen wir da vielleicht hier so... Das ist jetzt natürlich eine super Frage. Wie funktioniert das? Scheiße. Hier hinten irgendwie muss man da irgendwie was... Vielleicht kann sein, dass es da auch noch so ein extra Mod für gibt, dass man das nutzen kann. Ich fahre hier noch mal ganz kurz rum. Zuerst auffüllen. Also das ist doch unsere Milchstation, oder? Ja, ja. Das sieht auch aus... Das hier ist für die... Ups. Das ist da für die... Für die Euter. So, Herr Milchtank. Warum? Wenn wir den hier richtig nah ran schieben. Naja, wir waren schon sehr, sehr nah dran, ne? Ich probiere das mal aus bei der Güllegrube. Geht auch nicht. Also ich glaube, wir brauchen da einen Mod für. Ich gucke mir das gleich noch mal an. Und dann sehen wir weiter, ne? Zundhammer. Das werde ich ja wohl finden. Also machen wir erstmal ein kurzes Päuschen hier. Haben wir hier dies und das mal gemacht. Und... Ja. Dann geht es in der nächsten Folge hier weiter. Macht's gut, Leute. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch verlassen. Bis dann.